Christina Luft und Luca Henni lernten sich 2020 bei Let's Dance kennen. Die beiden tanzten in der Show gemeinsam und schafften es auf den dritten Platz. Im Anschluss an die Sendung wurden die beiden ein Paar. Mittlerweile sind sie auch verlobt und haben sich in der Schweiz ein gemeinsames Haus gekauft. Dafür verließ Christina ihre Heimat Köln. Ende 2021 berichtete die 33-Jährige erstmals von ihrem Hauskauf. Damals gab sie an, dass ein sehr großer Aus- und Umbau anstehen würde. Die Entscheidung für den Hauskauf sei eine große Verantwortung, merkte sie an, aber gleichzeitig sei da auch große Freude. Nun meldete sich Christina mit einem Update bei ihren Fans zu Wort. Christina Luft gibt einen Einblick in ihren neuen Lebensabschnitt. Auf Instagram teilte Christina Luft ein gemeinsames Bild mit ihrem Verlobten Luca Henni. Entstanden ist dieses in ihrem neuen Haus. Dazu schrieb die Profitänzerin. Das nächste Kapitel. Wir können voller Stolz sagen, dass unser Häuschen offiziell fertig ist. Der Moment der Schlüsselübergabe war etwas ganz Besonderes. Und weiter. Wir haben den Sonnenuntergang in unserem ersten gemeinsamen Haus einfach gemeinsam ganz still genossen und in diesem besonderen Bild festgehalten. Christina zeigte sich sichtlich bewegt von diesem Moment und fügte hinzu, wir können kaum in Worte fassen. Was das für uns bedeutet. Bald steht dann auch der Umzug an, und wir können es kaum erwarten, was wir in unserer ersten Nacht in unserem eigenen Haus träumen werden. Über 58.000 Menschen versahen den Beitrag mit einem Herzen, es hagelte zahlreiche Glückwünsche für den neuen Lebensabschnitt. Dass Christina jetzt Einblicke in ihr Eigenheim gab, freute ihre Fans umso mehr. Vor längerer Zeit teilte sie nämlich mit, gleich im Voraus, es wird keinen Hausspamm geben in nächster Zeit. Wir möchten die Planung privat halten und selbst entscheiden, was und wie viel wir preisgeben von unserem Zuhause. Damals wünschte sie sich ein bisschen Respekt dafür, dass sie das für sich behalten wollen. In ihrer Story meinte sie jetzt allerdings, wir zeigen euch bei Zeiten natürlich mehr, wenn wir eingezogen sind. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.